So nutzt du WhatsApp für dein Online-Business. Deine Zielgruppe jetzt auch über WhatsApp erreichen? Hey, cool! Gleich deine Zielgruppe auf dem Handy erreichen und nicht extra noch auf irgendeinen Social-Media-Kanal wechseln. Denn du kannst jetzt deinen eigenen Kanal auf WhatsApp erstellen oder auch bestimmte Fragen und Umfragen über WhatsApp nutzen. Wie das geht, erfährst du hier. Welche Vorteile bringt dir WhatsApp-Business für dein Online-Business? Also, erstmal kannst du direkt mit deinen Kunden kommunizieren. Du hast einen direkten Kanal, kannst direkt in den Chat mit einsteigen. Ob du den nun automatisierst oder sogar persönlich führst, das spielt hier keine Rolle. Auf WhatsApp bekommen deine Leute alle wichtigen Infos auf einen Blick. Automatisiere deine Antworten. Stellen deine Kunden häufig die gleichen Fragen, dann kannst du hier schon bereits deine Antworten vorformulieren und gleich losschicken. Du kannst ähnlich wie bei Facebook und Instagram einen Shop erstellen, also einen Katalog mit deinen Produkten. Also einfach ein Foto hochladen oder sogar mehrere Fotos, die Beschreibung hinzufügen und wo man den Kurs bekommt. Und schon kann jemand über einen Klick auf deinem Profil diesen Katalog sehen und deine Produkte kaufen. Direkt auf WhatsApp. Und wenn sich jemand dann an dich erinnert und sagt, du hattest doch diesen coolen TikTok-Kurs oder dieses coole E-Book mit den Mini-Kursen, dann kann jemand sofort irgendwie nachts um 11 draufklicken und dieses E-Book erwerben, wenn er gerade daran gedacht hat. Also du erhöhst einfach die Präsenz von dir im WhatsApp noch mit zusätzlichen Produkten, Katalogen und einem Dialog mit dir. Mit Statusmeldung kannst du dich natürlich in Erinnerung bringen. Das geht genauso wie bei Instagram-Stories oder Facebook. Und so erstellst du einen WhatsApp-Business-Account. Achtung, es ist nochmal eine ganz neue App, die du dann auch zufügen musst auf deine Startseite und die ist dann mit einem grünen B gekennzeichnet. Lade die App über den App Store runter oder Google Play und wähle dann WhatsApp-Business aus. Registriere dich mit deiner Geschäftsnummer. Du kannst eine neue Telefonnummer nehmen oder die gleiche. Erstelle dein aussagekräftiges Profil. Auch hier wieder ein gutes Profilfoto, was dich ausdrückt und natürlich alle wichtigen Profilinfos, die du hier in die wenigen Zeichen bekommst. Überlege dir, welche Fragen deine Zielgruppe als erstes stellt und stelle sie in die wichtigen Antworten ein. Nun beginnst du mit deinen WhatsApp-Business-Statusmeldungen und teilst hier immer relevante Infos, was du gerade machst, was für Produkte du erstellst und was es gerade Neues gibt. Halte deine Kunden auf dem Laufenden und baue dir so eine neue Community auch auf WhatsApp bereits auf, die mit deinen Inhalten interagiert. Und schon können sie deine Produkte kaufen oder eher mit dir in Kontakt kommen. Auf WhatsApp ist jetzt neu, dass du bestimmten Fußballern, Celebrities, Influencern und so weiter folgen kannst. Und auch hier kannst du deinen eigenen Button erstellen, dass dir jemand dort folgt. Auch hier bräuchtest du natürlich Inhalte, die für die Community relevant sind. Und wenn du eh schon ein sehr extrovertierter Mensch bist, dann wird es dir wahrscheinlich hier genauso leicht fallen, wie über Storys mit den Menschen zu kommunizieren. Und hier wichtige Videos zu teilen, täglich oder ein paar Mal wöchentlich. Wenn du jetzt sagst, oh schon wieder ein neuer Kanal, das ist mir alles zu viel. Das Wichtigste jedoch ist, dass derjenige sofort mit dir in Kontakt gehen kann. Also auch über Facebook oder Instagram kannst du den Button WhatsApp-Business jetzt dort installieren. Und jemand kann sofort mit einem Klick in deinen WhatsApp-Chat kommen, mit dir Fragen stellen und du hast ihn viel, viel schneller in den Dialog geführt. Hier verschwimmen also die Grenzen zwischen Privat und mit Business und du bist eigentlich ständig im Austausch mit deiner Community. Liegt dir das nicht so, dann empfehle ich dir natürlich nicht unbedingt einen WhatsApp-Kanal zu installieren. Aber wenn du eh viele Kunden hast, viel Community, dann kannst du auch hier jetzt wieder ganz tollen Draht aufbauen mit deinen Kunden. Und denk immer dran, auch ein Unternehmen hat irgendwann Feierabend, dass du hier nicht ausbrennst mit deinen Kunden, sondern dass es dir immer noch Spaß macht, dein Online-Business voranzutreiben mit einem neuen intensiven Kontakt mit WhatsApp. Hat dir das Video gefallen, dann hinterlass einen Daumen hoch und dann freue ich mich schon auf das nächste Video mit dir. Sei ein Leuchtturm, kein Zählicht.